Es war für mich die schlimmste Nacht, die ich je erlebt habe. Die beiden machen ein Löffelchen da drüben. Ich glaube, es hackt. Nein, ich liege gerade auf dem Bauch. Das ist ja noch schlimmer. Ich mag sie gerne. Diana ist eine coole, hübsche Frau und ich bin auch froh, dass sie hier ist. Wirst du nass eigentlich von dem Ding? Wirst du nass eigentlich von dem Ding? Ist auch so ein Dialog, wirklich. Ein Dialog, den man kein Schwein braucht. Nee, von meinen Haaren, meine ich. Ja, ihr wisst schon, dass wir ja alle zu Hause Partner haben, wir aber hier alleine sind seit zehn Tagen. Ja? Seit zehn Tagen? Ich bin seit zehn Jahren alleine, Digga. Das ist ja dein Problem. Philipp schützt seine zukünftige Ex-Freundin, von daher. Was? Zukünftige Ex-Freundin. Wir verstehen uns gut und ich nehme sie auch gerne in den Arm. Man muss natürlich gucken, hey, wo geht die ganze Reise hin? Und dann sehen wir halt draußen, wie sich das alles weiterentwickelt. Wir sehen uns mal. Wir sehen uns mal.